Hier im katholischen Knabenseminar in Hollerbrunn soll es passiert sein. Das Profil behauptet, Groher sei in einen Sexskandal verstrickt. Der Kardinal soll einen damals 14-jährigen Schüler hier im Bild eingeringelt, immer wieder in sein Privatsimmer in Hollerbrunn geholt und dann sexuell missbraucht haben. Auslösend für den Gang an die Öffentlichkeit wäre erst ein Rundschreiben Grohers gewesen, so der Informant, das ihn empört habe. Dieser zitiert darin die Bibel. Weder Ehebrecher noch Lustknaben oder Kinderschänder werden das Reich Gottes erben. Der Wiener Weihbischof Schönborn kritisierte die Profilveröffentlichung. Diese sei menschenunwürdiger Enthüllungsjournalismus. Der Kardinal habe zur angesprochenen Zeit nicht einmal in Hollerbrunn gewohnt. Warum Groher nicht selbst zu den Vorwürfen Stellung nimmt? Er schweigt zu diesen Vorwürfen, denn ich glaube, ich kann ihn hier verstehen. Es ist die einzige Antwort auf solche diffamierenden, infamen Beschuldigungen, wie sie hier gegen ihn erhoben werden. Vorwürfen Der Kardinal Der Kardinal Der Kardinal